Würde ich sagen, in irgendeinem Fluglevel dann. Piston It Away! Musik ist so gut. Für mich sind das Kühe. Hier gibt es überhaupt keine Unterwasserlevel, fällt mir mal gerade auf, aber es gibt halt Wasserlevel, ja, diese Aircrash-Sachen. Der macht schon beides, ne? Ja. Jetzt müssen wir aufpassen, wo wir hinlaufen. Oh, es klingelt. Na, das war klar. Ich gehe aber nicht an die Tür. Oh, eine Totenkopf-Plattform. Dann gehen wir mal direkt da drauf. Ich hoffe mal, hier gibt's... oh, hier gibt's Kisten, das ist schon mal ganz gut. Weil das heißt, wir kommen wieder zurück. Das hätte ich hier voll cool gefunden, wenn die hier das, äh, gemacht hätten, dass man durch Crash durchgucken kann, also dass man, ähm, seine Knochen sehen könnte. Ich schätze mal, das war auch nur, das war so vorgesehen, nur das konnte dann irgendwie technisch nicht umgesetzt werden. Könnte ich mir vorstellen. Okay, das war Glück. Okay, die machen abwechselnd. Das wäre auch viel zu früh gewesen. Aber hier gibt's Checkpoints, das ist schön. Das hat doch eben auch funktioniert. Sehr schön. Da ist der Kristall. Und da hätte ich hoch springen müssen. Wir haben wenigstens schon mal den Kristall. Oh, ich bin immer zu früh. Die Musik ist so gut. Warum? Ich mach da nichts anders. Nein! Hier wurde nur schrumpft. Wenn ich diese beschissene Plattform berührt hab. Jetzt hat's wieder funktioniert. Das ist ganz komisch. Okay, ich muss auch hoch gerätschen. Jetzt sind die Kisten hier nicht. Das heißt... Wir müssen das komplette Level machen. Und dann zurück gehen. Boah. Toa. Boah. Ja gut, dann gehen wir noch mal rein und machen das mal so, wie ich mir das gedacht habe. Was hoffentlich auch richtig ist. Weil anders könnte ich mir das nicht vorstellen, wie das sonst funktionieren soll. Die Kuh, die andere Kuh. Auf jeden Fall dürfen wir nicht sterben. Aber das wird ja hoffentlich nicht so das Problem sein. Wir haben einen Akku. Und ich hoffe, das funktioniert damit alles. Eine Nase juckt. Hast du beides? Ne, nur eins. Du hast auch nur eins. Der macht beides. Boah. Ja, hab ich jetzt runter, ich wollte gerade schon sagen hier. So, Kristall. Da ist die Totenkopf-Plattform. Jetzt brauchen wir 15 Kisten. Ja, das ist das, wo wir dann müssen. Den müssen wir uns behalten, weil sonst kommen wir nämlich nicht zurück. Komm, du erstmal hierhin. Genau. So schwer ist das ja gar nicht. Ich meine, hier drinnen gäbe es... ...ob das so gut war. Ich darf die nicht kaputt machen, weil ich sonst nicht zurückkomme. Die kann ich nicht kaputt machen, ja. Das war auch kutsch. Das war auch kutsch. Das sieht doch gut aus, was ich hier mache, oder? Ich weiß es nicht. Das war nur mit 16 Kisten. Oder habe ich mich eben verrechnet? Das kann natürlich auch sein. Da kommt nix mehr. Ich hoffe jetzt einfach, dass ich alle Kisten habe. Weil da komme ich nicht zurück über die drei, vier Plattformen da. Das ist ja nicht schlimm. Kacke, jetzt habe ich meine Dreckschuhren. Nee. Das sind keine Kisten mehr. So, ab da drauf. Fuck, ey. Ich kann es einfach nicht abwarten. Ich kriege auch langsam Hunger. Ich kriege auch langsam Hunger. Ich kann es einfach nicht aufwarten. An den habe ich gar nicht mehr gedacht. Ich hoffe, das war nur die eine Kiste. 36? Ja, okay. Abwarten. Das habe ich eben schon so oft gemacht, das sollte jetzt hier kein Problem sein. Fehlen bestimmt zwei Kisten. Sind die doch am Ende? Kacke, ey. Ja gut, da hole ich jetzt erstmal das, was ich hier schon habe. Bring ich schon mal rein. Dann sind da hinten bestimmt auch noch zwei Kisten. Oh fuck, ey. Können die mal aufhören, bei uns die ganze Zeit an der Tür zu klingeln? Na gut, ich mache jetzt erstmal Schluss, weil die Stunde ist schon wieder rum.